So, TOOL TV ist jetzt hier auf der internationalen Automobilausstellung für Nutzfahrzeuge. Wir sind hier auf dem Stand der Firma Sortimo. Neben mir steht der Geschäftsführer Herr Braun. Hallo Herr Braun. Einen wunderschönen guten Tag. Herr Braun, wo haben Sie denn den Fokus gelegt hier auf der Messe hier in Hannover? Unser Fokus auf die EA Nutzfahrzeuge sind Komplettlösungen. Wo wir jetzt augenblicklich stehen, ist natürlich bei einer Studie, die wir auf die EA Nutzfahrzeuge auch mal komplett vorstellen, um auch ein Feedback von den Kunden einzuholen. Was wir hier haben, ist eine Studie, die läuft unter dem Motto Globalist M. Das ist eine komplette Weiterentwicklung für Fahrzeugeinrichtungen, die verschiedene Schwerpunkte hat. Einer der Schwerpunkte ist selbstverständlich das Thema Ladungssicherung, das wir hier praktizieren. Der zweite Schwerpunkt ist natürlich das Thema Leichtbau. Das heißt jetzt, die Schwerpunkte zu kombinieren und darauf natürlich auch eine Funktionalität zu schaffen, die einen erheblichen Mehrwert für unsere Kundenklientel bietet im Zusammenhang mit dem Fahrzeug. Ich sehe gerade hier an dieser Flanke, ist ja komplett die Flanke mit Aluminium verarbeitet. Das ist ein wichtiges Material für Sie? Ja, wir setzen Aluminium ein als Spaceframe. Wir sagen, ein Material muss man da einsetzen, wo Sie hier Stärken haben. Wir benutzen einen Aluminium Spaceframe, schon in der Automobilindustrie bewährt, und natürlich mit entsprechenden Innenausbauelementen. Das hat einer der Vorteile der Sortimo Bauweise. Von der Fahrzeugart her, kann man diese Module in jedes Fahrzeug einbauen? Also die Kategorien sind beliebig. Was wir wertlegen, ist ein Baukasten. Einen Baukasten kann man sich vorstellen wie Lego und damit natürlich beliebig erweiterbar und auch von der Konfiguration her für jede Fahrzeugtypen geeignet. Das heißt also auch für die Handwerker, sprich ein Elektriker, braucht ja eine andere Fahrzeugeinrichtung wie jetzt ein Schreiner. Selbstverständlich. Eine ganz große Zielgruppe ist natürlich der Bereich Handwerk. Und da geht es darum, natürlich einen Baukasten zu haben, der auch Möglichkeiten bietet, die Einrichtung zu erweitern, zu einer Branchenlösung. Das heißt, man muss auf die Details eingehen, man muss die Branche kennen, man muss sie verstehen und man muss wissen, was sie brauchen, um ihre tägliche Arbeit zu erleichtern. Und da sehen wir natürlich Vorteile, weil wir da so ein breites Produktprogramm haben, dass wir aus dem Produktprogramm eigentlich sehr viele Kundenanforderungen dann entsprechend abdecken können. Wie wichtig ist denn die IAA-Nutzfahrzeuge für Sie? Die IAA-Nutz ist eigentlich für uns die wichtigste Messe. Alle zwei Jahre ein absolutes Highlight. Weil wir sehr eng mit der Automobilindustrie zusammenarbeiten, das natürlich hier leben können, auf die IAA-Nutzfahrzeuge. Aber muss man auch sagen, das ist für uns schon mittlerweile ein Familientreff. Man trifft die Leute, wo man sie immer vornimmt, dass man sie zwar unter dem Jahr wieder trifft, aber immer schwierig ist, weil der Terminkalender immer eng gesteckt ist. Und da hat die IAA-Nutzfahrzeuge natürlich den Plattformgedanken. Oder wir haben es gestern auch schon mal gesagt, das ist eigentlich wie Facebook, nur Realität. Okay, alles klar, war sehr informativ. Dann bedanke ich mich bei Ihnen. Das war Tool TV hier von der IAA-Nutzfahrzeuge auf dem Stand der Firma Sortimo. Das war Tool TV hier von der IAA-Nutzfahrzeuge. Vielen Dank.